ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen test video hier auf meinem youtube kanal schön dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim arzenberger zuschaut denn heute gibt es das hier bei mir schaut mal was ich schönes neues besorgt habe aus amerika von pretzelpeat haben wir die season pretzel pieces das ganze in der jalapeno sorte da bin ich gleich sehr sehr gespannt wie sie schmecken werden und vor allem ob sie scharf sind wenn ja werden wir sie auf meine eigene schärfe tabelle aufnehmen und zwar die geht von 1 bis 10 wobei 1 von mega und 10 für mega hat also schärfst du was hier zu erreichen steht schauen wir gleich mal gut dann würde ich sagen wie immer wir fangen sofort an denn ihr wisst genau auf meinem kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der geschmack also gilt wie immer auf damit und raus damit ja so schaut es aus so wie man es kennt laugen gebäckstückchen alles klar ich bereite den testteller vor und dann werden wir sie probieren und weiter geht es wie ihr sehen könnt habe ich jetzt einen kleinen teil des inhalts der verpackung entnommen liegt jetzt hier rechts auf meinem testteller neben der verpackung und jetzt wird probiert so ich nehme jetzt einfach mal das größte stück welches hier dabei ist und ja besonders viel gibt es jetzt hier nicht zu sehen wie gesagt ganz normales laugen gebäck ok so jetzt bin ich auf die würzung gespannt es riecht also ich bin mir ein ich könnte wirklich schon so ein leichtes schlies hier riechen keine ahnung ich probiere es jetzt einfach mal ja unsere laugen gebäckstückchen sind auf jeden fall sehr sehr knusprig wenn man da rein weiß für leute die das noch gar nicht kennen kann man das vielleicht so ein klein bisschen mit zwieback vergleichen von der konsistenz her also wirklich sehr sehr schön knusprig das gefällt mir ja jalapeno würzung ist auf jeden fall auch vorhanden nach dem ersten habe ich jetzt so ein ja ganz leichtes brennen im mund ich werde jetzt einfach noch mal so zwei drei stücke hier auf einmal davon essen dann schauen wir mal wie sich das mit der schärfe hier auswirkt oh ja jetzt geht es ab hier also nachdem ich jetzt die auch noch gegessen habe brennt mir auf jeden fall der ganze mund ja ein bisschen heftiger wie erwartet also sind jetzt nicht wirklich so mega scharf dass man irgendwie hier direkt ein glas milch oder sowas nach trinken muss aber wir sind auf jeden fall nicht ohne auch schön gesalzen das ganze das gefällt mir also ich kann sie auf jeden fall noch gut essen und ihr wisst ja ich bin nicht gerade so der größte scharf esser also wirklich eine leckere sorte jalapeno geschmack kommt gut rüber gut scharf gut salzig genauso mag ich das ok dann zeige ich euch jetzt schon die rückseite der verpackung mit den zutaten den mehrwerten da gibt es meine bewertung ja für diese leckeren laugen gebäck stückchen aus amerika vergebe ich natürlich ganz klar drei daumen nach oben die beste bewertung dies bei mir auf dem kanal zu vergeben gibt und damit eine ganz klare kaufempfehlung für mich genau richtig genau der richtige schärfegrad nicht zu übertrieben dazu wie gesagt gut gesalzen schöne crunchige laugen gebäck stückchen sowas mag ich sehr gerne abends vom fernseher mal in die tüte reingreifen und die dinger weg zu snacken bei einem guten film oder so absolut genial kann ich wirklich jedem nur empfehlen richtig lecker ja auf meine eigene schärfe tabelle vergebe ich jetzt hier die ja sagen wir mal für mich liegt so zwischen drei und vier wie gesagt ist auf jeden fall noch gut essbar für mich genau die richtige schärfe absolut genial okay dann war es das schon wieder mit meinem kleinen test video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne ein like und ein abo da nicht vergessen morgen gibt schon das nächste video hier auf diesem kanal ich bedanke mich fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten test sagt euer atzenberger